Kapitel 1 Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Judah zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Judah und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen, mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Judah und Benjamin und die Priester und Leviten und alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außer dem, was sie freiwillig gaben. Und der König Kyros gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, übergab sie dem Schatzmeister Mitredat, der zählte sie Sheshbatsa, dem Fürsten Judas, vor. Und dies war ihre Zahl. Dreißig goldene Becken und tausendneunundzwanzig silberne Becken. Dreißig goldene Becher und vierhundertzehn silberne Becher und tausend andere Geräte. Alle Geräte, goldene und silberne, waren fünftausend vierhundert. Alles brachte Sheshbatsa hinauf, als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog. Kapitel 2 Dies sind die Leute der Landschaft Judah, die heraufzogen aus der Gefangenschaft, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte, und die nach Jerusalem und Judah zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Sie kamen mit Zerubabel, Jeschua, Nehemiah, Zeraya, Reelaya, Mardochai, Bilschan, Mispah, Bigewei, Rehum und Baana. Dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israel. Die Söhne Parosh, 2172 Die Söhne Shefatia, 372 Die Söhne Arach, 775 Die Söhne Pahat Moab, nämlich die Söhne Jeschua und die Söhne Joab, 2812 Die Söhne Elam, 1254 Die Söhne Satu, 945 Die Söhne Sakai, 760 Die Söhne Bani, 642 Die Söhne Bebei, 623 Die Söhne Asgat, 1222 Die Söhne Adonikam, 666 Die Söhne Bigelwei, 2056 Die Söhne Adin, 454 Die Söhne Ather, nämlich die Söhne Hiskia, 98 Die Söhne Bebei, 323 Die Söhne Jora, 112 Die Söhne Haschum, 223 Die Söhne Haschum, 223 Die Söhne Gibbar, 95 Die Söhne Gibbar, 95 Die Männer von Bethlehem, 123 Die Söhne Haschum, 223 Die Söhne Haschum, 223 Die Söhne Haschum, 223 Die Söhne Haschum, 223 Die Söhne Gibbar, 955 Die Söhne Gibbar, 955 Die Söhne Gibbar, 955 Die Männer von Kiryat-Jerim, Kefirah und Be'eroth, 743. Die Männer von Rama und Geba, 621. Die Männer von Michmas, 122. Die Männer von Bet-El und Ai, 223. Die Söhne Nebo, 52. Die Söhne Makbisch, 156. Die Söhne des Anderen Elam, 1254. Die Söhne Harim, 320. Die Männer von Lot, Hadid und Ono, 725. Die Männer von Jericho, 345. Die Söhne Sena, 3630. Die Zahl der Priester. Die Söhne Jedaya, nämlich das Haus Jeschua, 973. Die Söhne Ima, 1052. Die Söhne Paschur, 1247. Die Söhne Harim, 1017. Die Zahl der Leviten, die Söhne Jeschua, nämlich Kadmiel, Binui und Hodavia, 74. Die Zahl der Sänger, die Söhne Asaf, 128. Die Zahl der Torhüter. Die Söhne Schallum, die Söhne Athea, die Söhne Talmon, die Söhne Akub, die Söhne Hatita und die Söhne Shobai, insgesamt 139. Die Zahl der Tempelsklaven, die Söhne, die Söhne Hasufa, die Söhne Tabaoth, die Söhne Keros, die Söhne Sia, die Söhne Padon, die Söhne Lebana, die Söhne Hagaba, die Söhne Akub, die Söhne Hagab, die Söhne Salmai, die Söhne Hanan, die Söhne Gidel, die Söhne Gahar, die Söhne Reaya, die Söhne Rezin, die Söhne Nekoda, die Söhne Gazam, die Söhne Usa, die Söhne Paseach, die Söhne Besai, die Söhne Asna, die Söhne der Meuniter, die Söhne der Nephusiter, die Söhne Bagbug, Die Söhne HaKufa, die Söhne HaHur, die Söhne Batslut, die Söhne Mehida, die Söhne Harscha, die Söhne Barkos, die Söhne Sisera, die Söhne Temach, die Söhne Neziach, die Söhne Hatifa. Die Zahl der Nachkommen der Sklaven Salomos, die Söhne Sothai, die Söhne Soferet, die Söhne Peruda, die Söhne Jaala, die Söhne Darkon, die Söhne Gidel, die Söhne Shephatja, die Söhne Hatil, die Söhne Pochered von Zebayim, die Söhne Amon. Alle Tempelsklaven und Nachkommen der Sklaven Salomos waren zusammen 392. Und von denen, die heraufzogen aus Tel Melach, Tel Harscha, Cherub Adon und immer, konnten nicht angeben, ob ihre Sippe und ihre Nachkommen aus Israel stammten, die Söhne Delaja, die Söhne Tobia, die Söhne Nekoda 652. Und von den Priestern, die Söhne Habaya, die Söhne Hakkotz, die Söhne Barsilai, deren Urahn eine von den Töchtern des Gileaditers Barsilai zur Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Die suchten ihre Geschlechtsregister und fanden sie nicht, darum wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Und der Stadthalter gebot ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen bis ein Priester für die Heiligen lose Licht und Recht aufstände. Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360, ausgenommen ihre Knechte und Mägde, diese waren 7.337, dazu 200 Sänger und Sängerinnen und sie hatten 736 Rosse, 245 Maultiere, 435 Kamele und 6.720 Esel. Und als einige Häupter der Sippen zum Hause des Herrn in Jerusalem kamen, gaben sie freiwillig für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte erbaue, und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das Werk 61.000 Gulden und 5.000 Pfund Silber und 100 Priesterkleider. Und als der siebente Monat herbeikam und die Kinder Israel nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jotzaddax, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Sealtjels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes, und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer da, alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt und jeder Tag es erforderte, danach auch das tägliche Brandopfer und die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn, und was sonst noch einer dem Herrn freiwillig da brachte. Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen. Aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Und sie gaben Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Leuten von Sidon und Tyrus, damit sie Zedernholz vom Libanon zur See nach Jaffo brächten, wie es ihnen Kyrus, der König von Persien, erlaubt hatte. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem im zweiten Monat begannen Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und Jeschua, der Sohn Jotzadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiel, Binui und Hodavia traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten. Dazu die Söhne Henadats mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern, mit Trompeten, und die Leviten die Söhne Asaph mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Ordnung Davids des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig, und seine Barmherzigkeit wehrt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weiterhin hörte. Kapitel 4 Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israel, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen, Wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asahadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupte der Sippen in Israel antworteten ihnen, Es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen, dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyrus, der König von Persien, geboten hat. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyrus, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Und als Ahasverovs König war im Anfang seiner Herrschaft, schrieb man eine Anklage gegen die Bewohner von Judah und Jerusalem. Und zu den Zeiten Arthasastas schrieben Bishlam, Mithredat, Tabeel und ihre anderen Genossen an Arthasaster, den König von Persien. Der Brief war in aramäischer Schrift geschrieben und ins aramäische übertragen. Der Kanzler Rehum und der Schreiber Schimschai schrieben einen Brief gegen Jerusalem an den König Arthasaster. Wir, Rehum, der Kanzler, und Schimschai, der Schreiber, und die anderen Genossen, die Richter, die Befehlshaber, die Schreiber, die Beamten, die Männer von Erech, von Babel, von Susa, das sind die Elamiter, und die anderen Völker, die der große und berühmte Osnapa hergebracht und in den Städten Samariens und in den anderen Orten jenseits des Euphrat angesiedelt hat. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den sie an ihn sandten. An König Arthasaster, deine Knechte, die Männer jenseits des Euphrat. Und nun sei dem König kundgetan, dass die Juden, die von dir heraufgezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen. Sie haben begonnen, die Mauern zu errichten, und die Fundamente sind schon gelegt. So sei nun dem König kundgetan, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben, und zuletzt wird es den Königen Schaden bringen. Weil wir aber das Salz des Königshauses essen und die Schmach des Königs nicht länger sehen wollen, darum schicken wir hin und lassen es den König wissen. Man lasse in den Chroniken deiner Väter suchen, so wirst du in den Chroniken finden und erfahren, dass diese Stadt aufrührerisch ist und Königen und Ländern Schaden gebracht hat und man in ihr auch von Alters her Aufruhr gemacht hat. Darum ist diese Stadt auch zerstört worden. Und nun tun wir dem König kund, dass du hernach nichts behalten wirst von dem, was jenseits des Euphrat liegt, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern wieder errichtet werden. Da sandte der König folgende Antwort. An Rehum, den Kanzler und Schimschei, den Schreiber und ihre anderen Genossen, die in Samaria wohnen und in den anderen Orten jenseits des Euphrat, Friede zuvor. Und nun der Brief, den ihr uns zugeschickt habt, ist mir Wort für Wort vorgelesen worden. Und auf meinen Befehl hat man nachgeforscht und man fand bestätigt, dass diese Stadt von Alters her gegen die Könige sich empört hat und Aufruhr und Abfall in ihr geschehen ist. Auch hat es mächtige Könige zu Jerusalem gegeben, die geherrscht haben über alles, was jenseits des Euphrat ist, so dass ihnen Steuern, Abgaben und Zoll gegeben wurden. So gebt nun den Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir der Befehl gegeben wird. Seht euch vor, dass ihr nicht lässig hierin seid, damit nicht den Königen großer Schaden entstehe. Kapitel 5 Es weiß, sagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, den Juden, die in Judah und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich auf Serubabel, der Sohn Sealtiels, und Jeschua, der Sohn Jotzadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Zu der Zeit kamen zu ihnen Tatnai, der Stadthalter des Gebietes jenseits des Euphrat, und Sheta Bosnai und ihre Genossen und sprachen, Wer hat euch befohlen, dies Haus aufzubauen und diese Mauern zu errichten? Dann sagten sie zu ihnen, Wie heißen die Männer, die diesen Bau aufführen? Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, so dass ihnen nicht gewährt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließe und darüber ein Brief käme. Dies ist die Abschrift des Briefes Tatnai, des Stadthalters jenseits des Euphrat, und Sheta Bosnai und ihrer Genossen der Beamten, die jenseits des Euphrat waren, an den König Darius. Die Botschaft, die sie ihm sandten, lautete, Dem König Darius allen Frieden. Es sei dem König kundgetan, dass wir ins jüdische Land gekommen sind, zu dem Hause des großen Gottes. Dies baute man mit behauenen Steinen und legte Balken in die Wände, und die Arbeit ging unter ihrer Hand frisch vonstatten. Wir aber haben die Ältesten gefragt und zu ihnen gesagt, Wer hat euch befohlen, dies Haus zu bauen und diese Mauern zu errichten? Auch fragten wir, wie sie heißen, damit wir es dir kundtäten und die Namen der Männer aufschrieben, die an ihrer Spitze stehen. Sie aber gaben uns zur Antwort, wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde, und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen Jahren hier gestanden und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezas, des Königs von Babel, des Chaldeas. Der zerstörte dies Haus und führte das Volk weg nach Babel. Aber im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Babel, befahl der König Kyrus, dies Haus Gottes wieder zu bauen. Auch die goldenen und silbernen Geräte im Hause Gottes, die ihm Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem genommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, nahm der König Kyrus aus dem Tempel zu Babel und gab sie Shesh-Bad-Zah, den er zum Stadthalter einsetzte, und sprach zu ihm, Nimm diese Geräte, zieh hin und bring sie in den Tempel zu Jerusalem und das Haus Gottes soll gebaut werden an seiner früheren Städte. Da kam jener Shesh-Badzar und legte den Grund zum Hause Gottes zu Jerusalem. Seit der Zeit baut man und es ist noch nicht vollendet. Gefällt es nun dem König, so lasse er in Babel im Schatzhaus des Königs suchen, ob es von dem König Kyrus befohlen sei, das Haus Gottes zu Jerusalem wieder aufzubauen und man sende uns des Königs Meinung darüber. Kapitel 6 Da befahl der König Darius, dass man in Babel in den Schatzhäusern, in denen die Bücher aufbewahrt wurden, nachforschen sollte. Da fand man in der Festung Achmeta, die in Medien liegt, eine Schriftrolle, auf der geschrieben stand, Aufzeichnung. Im ersten Jahr des Königs Kyrus befahl der König Kyrus, das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen, als eine Städte, an der man opfert und seinen Grund zulegen. Seine Höhe 60 Ellen, seine Breite auch 60 Ellen und drei Schichten von behauenen Steinen und eine Schicht von Holz und die Mittel sollen vom Hause des Königs gegeben werden. Auch soll man zurückgeben, die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat. Man soll sie zurückbringen in den Tempel zu Jerusalem an ihrer Städte, im Hause Gottes. So haltet euch nun fern von dieser Sache, du, Tatnai, Stadthalter jenseits des Euphrat und Sheta Bosnai mit euren Genossen, ihr Beamten, die ihr jenseits des Euphrat seid. Lasst sie arbeiten am Hause Gottes, damit der Stadthalter der Juden und ihre Ältesten das Haus Gottes an seiner früheren Städte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, was ihr den Ältesten der Juden darreichen sollt, um das Haus Gottes zu bauen. Nämlich, dass man aus des Königsschatz, von dem, was einkommt, aus der Landschaft jenseits des Euphrat, mit Sorgfalt nehme und gebe den Leuten regelmäßig, was sie bedürfen. Und was sie bedürfen, an Stieren, Widern und Lämmern zum Brandopfer für den Gott des Himmels, an Weizen, Salz, Wein und Öl, nach dem Wort der Priester in Jerusalem, das soll man ihnen täglich geben und es soll nicht lässig geschehen, damit sie opfern zum lieblichen Geruch dem Gott des Himmels und bitten für das Leben des Königs und seiner Söhne. Ferner wird von mir befohlen, wenn irgendjemand diesen Erlass übertritt, so soll ein Balken aus seinem Haus herausgerissen und er daran aufrecht angeschlagen werden und sein Haus soll um seiner Tat willen zum Schutthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, bringe jeden König um und jedes Volk, das seine Hand ausweckt, diesen Erlass zu übertreten und das Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, habe diesen Befehl gegeben, damit er sorgfältig befolgt werde. Da taten Tatnai, der Stadthalter jenseits des Euphrat und Sheta Bosnai und ihre Genossen sorgfältig nach dem, was der König Darius ihnen befohlen hatte. Und die Ältesten der Juden bauten und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia des Sohnes Idos und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyrus, Darius und Athasasta, der Könige von Persien. Und sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tag des Monats Adar im sechsten Jahr der Herrschaft des Königs Darius. Und die Kinder Israel, die Priester, die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer und zum Sündopfer für ganz Israel zwölf Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels und bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am Hause Gottes in Jerusalem, wie es im Buch des Mose geschrieben steht. Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten Passa am 14. Tage des ersten Monats. Denn die Leviten hatten sich gereinigt Mann für Mann, so dass sie alle rein waren und schlachteten das Passa für alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren und für ihre Brüder, die Priester und für sich. Und es aßen, dass Passa, die Kinder Israel, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinheit der Heiden im Lande, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesörten Brote sieben Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, damit sie gestern gemerkt würden zur Arbeit am Hause des Gottes, der der Gott Israels ist. Kapitel 7 Nach diesen Geschichten zog unter der Regierung des Atasaster, des Königs von Persien, Esra herauf, der Sohn Seraias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Schalums, des Sohnes Tzadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Meraiots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eleasas, des Sohnes Aarons, des Hohen Priesters. Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr der Gott Israels gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbart, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und mit ihm zogen herauf einige von den Kindern Israel und von den Priestern und Leviten, von den Sängern, Torhütern und Tempelsklaven nach Jerusalem, im siebenten Jahr des Königs Arta Sasta. Und er kam nach Jerusalem im fünften Monat im siebenten Jahr des Königs. Am ersten Tage des ersten Monats nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen und am ersten Tage des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihm war. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Und dies ist die Abschrift des Schreibens, das der König Arta Sasta Esra gab, dem Priester und Schriftgelehrten, der kundig war in den Worten der Gebote und Satzungen des Herrn für Israel. Arta Sasta, der König aller Könige an Esra, den Priester und Beauftragten für das Gesetz des Gottes des Himmels. Friede zuvor. Und nun von mir ist befohlen worden, dass alle, die von dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem Reich willig sind, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen können, weil du vom König und seinen sieben Räten gesandt bist, um aufgrund des Gesetzes deines Gottes, das in deiner Hand ist, nachzuforschen, wie es in Judah und Jerusalem steht. Und hinzubringen, Silber und Gold, das der König und seine Räte freiwillig geben, dem Gott Israels, dessen Wohnung zu Jerusalem ist. Und was du sonst an Silber und Gold erhältst, in der ganzen Landschaft Babel, samt dem, was das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes zu Jerusalem. Alles das nimm und kaufe mit Sorgfalt von diesem Geld, Stiere, Wider, Lämmer und Speisopfer und Trankopfer dazu, damit man sie opfere auf dem Altar des Hauses eures Gottes zu Jerusalem. Dazu, was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Gelde zu tun gefällt, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Geräte, die dir gegeben sind zum Dienst im Hause deines Gottes, übergib alle vor Gott in Jerusalem. Auch was du sonst noch brauchst für das Haus deines Gottes, was du ausgeben musst, das bekommst du aus den Schatzhäusern des Königs. Ich, König Arta Saster, habe allen Schatzmeistern jenseits des Euphrat befohlen, alles, was Esra, der Priester und Beauftragte für das Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordert, das tut mit Sorgfalt. Bis zu 100 Centner Silber und 100 Sack Weizen und 100 Eimer Wein und 100 Eimer Öl und Salz in jeder Menge. Alles, was dir Gott befohlen hat, dass es gegeben werde, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit Hingabe geleistet werden, damit nicht der Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne komme. Und euch sei kundgetan, dass ihr nicht Macht habt, Steuern, Abgaben und Zoll zu legen, auf irgendeinen Christen, der Levitensänger, Torhüter, Tempelsklaven, auf alle, die im Hause dieses Gottes Dienst tun. Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die allem Volk Recht sprechen, das jenseits des Euphrat wohnt, nämlich allen, die das Gesetz deines Gottes kennen. Und wer es nicht kennt, den sollte es lehren. Aber jeder, der nicht sorgfältig das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs hält, der soll sein Urteil empfangen, es sei Tod oder Acht oder Buße an Hab und Gut oder Gefängnis. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches dem König eingegeben hat, dass er das Haus des Herrn in Jerusalem so herrlich mache und der mir die Gunst des Königs und seiner Räte und aller mächtigen Oberen des Königs zugewandt hat. Und ich ward getrost, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und sammelte aus Israel Kapitel 8 Dies sind die Häupter der Sippen mit ihren Geschlechtsregistern, die mit mir hinaufzogen von Babel zur Zeit, als der König Atasasta regierte. Von den Söhnen Pinhas, Gershom, von den Söhnen Itamar, Daniel, von den Söhnen David, Hattush, der Sohn Schechanjas, von den Söhnen Parosh, Sacharia und mit ihm verzeichnet 150 Männer. Von den Söhnen Pahat Moab, Elioenai, der Sohn Serachias und mit ihm 200 Männer. Von den Söhnen Satu, Schechanja, der Sohn Jahaziels und mit ihm 300 Männer. Von den Söhnen Adin, Ebet, der Sohn Jonathans und mit ihm 50 Männer. Von den Söhnen Elam, Jesaja, der Sohn Atalias und mit ihm 70 Männer. Von den Söhnen Shefatia, Sebatia, der Sohn Michaels und mit ihm 80 Männer. Von den Söhnen Joab, Obatia, der Sohn Jehiels und mit ihm 218 Männer. Von den Söhnen Bani, Shelomit, der Sohn Josiphas und mit ihm 160 Männer. Von den Söhnen Bebai, Sacharia, der Sohn Bebeis und mit ihm 28 Männer. Von den Söhnen Asgat, Johannan, der Sohn Hakatans und mit ihm 110 Männer. Von den Söhnen Adoni kamen, die Letzten und sie hießen Elifelet, Jeiel und Shemaya und mit ihnen 60 Männer. Von den Söhnen Bigewei, Uthai, der Sohn Sabbud und mit ihm 70 Männer. Und ich versammelte sie am Fluss, der nach Ahawa fließt und wir blieben dort drei Tage. Und ich sah wohl Volk und Priester, aber ich fand keine Leviten. Da sandte ich hin Eliezer, Ariel, Shemaya, El-Natan, Yareb, El-Natan, Nathan, Zacharia und Meshulam, verständige Sippenhäupter und schickte sie zu Ido, dem Vorsteher, in Kasifja, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes holten. Und ich legte ihnen in den Mund, was sie reden sollten mit Ido und seinen Brüdern, die in Kasifja waren. Und sie brachten uns, weil die gnädige Hand unseres Gottes über uns war, einen klugen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Sherebja mit seinen Söhnen und Brüdern, 18. Und Haschabja und Jesaja, seinen Bruder von den Söhnen Merari und ihre Söhne, 20. Und von den Tempelsklaven, die David und die Oberen bestimmt hatten, den Leviten zu dienen, 220. Sie alle sind mit Namen aufgezeichnet. Und ich ließ dort am Fluss bei Ahawa ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten. Für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbarten solches von unserem Gott und er erhörte uns. Und ich sonderte zwölf der obersten Priester aus, sah zu Scherepia und Haschabia und mit ihnen zehn von den Brüdern und wog ihnen da das Silber und Gold und die Geräte als Abgabe für das Haus unseres Gottes, die der König und seine Räte und Oberen und ganz Israel so viel ihrer Waren gegeben hatten. Ich wog ihnen da und gab in ihrer Hand sechs hundertfünfzig Zentner Silber und an silbernen Geräten hundert Zentner und an Gold hundert Zentner. Zwanzig goldene Becher, tausend Gulden wert und zwei schöne Gefäße aus goldglänzendem Kupfer, so kostbar wie Gold und sprach zu ihnen, Ihr seid heilig dem Herrn und die Geräte sind heilig und das Silber und Gold sind eine freiwillige Gabe für den Herrn, den Gott eurer Väter. Seid nun wachsam und bewahrt es, bis ihr es da wägt in Jerusalem in den Kammern des Hauses des Herrn vor den obersten Priestern und Leviten und den Sippenhäuptern in Israel. Da nahmen die Priester und Leviten das da gewogene Silber und Gold und die Geräte, um sie nach Jerusalem zum Hause unseres Gottes zu bringen. Dann brachen wir auf von dem Fluss bei Ahava am zwölften Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und errettete uns vor Feinden und vor solchen, die uns auf dem Wege nachstellten. Und wir kamen nach Jerusalem und ruten dort drei Tage aus. Aber am vierten Tage wurden im Hause unseres Gottes das Silber und Gold und die Geräte dargewogen, dem Priester Meremoth, dem Sohn Urias, und mit ihm Eleazar, dem Sohn des Pinhas, und mit ihnen den Leviten Josabat, dem Sohn Jeschuas, und Noadia, dem Sohn Binuis, nach Zahl und Gewicht eines jeden Stückes. Und das ganze Gewicht wurde aufgeschrieben. Zu dieser Zeit opferten die Leute, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, Brandopfer dem Gott Israels. Zwölf junge Stiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer, zwölf Böcke zum Sündopfer, alles zum Brandopfer für den Herrn. Und sie übergaben die Befehle des Königs, den Amtleuten des Königs und den Stadthaltern jenseits des Euphrat. Und diese halfen dem Volk und dem Hause Gottes. Kapitel 9 Als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treubruch. Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel und raufte mir Haupthaar und Bart und setzte mich bestürzt hin. Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren wegen des Treubruchs derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer fasste ich mich und stand auf in meinem zerrissenen Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach, Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden. Ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub und zur Schmach, so wie es heute ist. Nun aber ist uns einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, geschehen, dass er uns noch Errettete übrig gelassen und uns einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben hat, um unsere Augen aufleuchten und uns ein wenig aufleben zu lassen in unserer Knechtschaft. Denn wir sind Knechte, aber unser Gott hat uns nicht verlassen in unserer Knechtschaft und hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass er uns wieder aufleben lässt, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und es aus seinen Trümmern wieder aufzurichten, damit er uns ein Bollwerk in Judah und Jerusalem gebe. Und nun, unser Gott, was sollen wir nach alledem sagen? Wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte die Propheten gegeben hast, als sie sagten, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land durch die Unreinheit der Völker des Landes mit ihren Gräueln, mit denen sie es von einem Ende bis zum anderen Ende in ihrer Unreinheit angefüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen. Und lasst sie nicht zu Frieden und Wohlstand kommen, ewiglich, damit ihr mächtig werdet und das Gut des Landes esst und es euren Kindern vererbt auf ewige Zeiten. Aber nach allem, was über uns gekommen ist, um unserer bösen Werke und großen Schuldwillen, und du, unser Gott, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir es verdient hätten, und hast uns diese Schar von Erretteten gegeben, sollten wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns vermischen mit den Völkern, die diese Gräuel tun. Wirst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, so dass es weder einen Rest noch Entronnene gibt. Herr Gott Israels, du bist getreu, denn wir sind übrig geblieben, als Errettete, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir in unserer Schuld, darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. Kapitel 10 Und wie nun Esra vor dem Hause Gottes auf den Knien lag und weinend betete und bekannte, sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn Jehiel, von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir uns fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. So lasst uns nun mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle fremden Frauen und die Kinder, die von ihnen geboren sind, hinaustun, nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So steh nun auf, denn dir gebürzt zu handeln, und wir wollen mit dir sein, sei getrost und tu's. Da stand Esra auf und nahm einen Eid, von den obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun sollten. Und sie schworen. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Johannans, des Sohnes Eliaschips. Und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und man ließ ausrufen in Judah und Jerusalem, für alle, die in der Gefangenschaft gewesen waren, dass sie sich in Jerusalem versammeln sollten. Und wer nicht in drei Tagen nach dem Ratschluss der Oberen und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollte dem Bann verfallen und er selbst ausgeschlossen sein aus der Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Da versammelten sich alle Männer von Judah und Benjamin in Jerusalem auf den dritten Tag, den zwanzigsten im neunten Monat. Und alles Volk saß auf dem Platz vor dem Hause Gottes, zitternd wegen der Sache und des strömenden Regens. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen, Ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen, als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemähert habt. Bekennt sie nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen und scheitet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme, es geschehe, wie du uns gesagt hast. Aber es ist viel Volk hier und es ist Regenzeit und man kann nicht draußen stehen. Auch ist es nicht in ein oder zwei Tagen getan, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt. Unsere Oberen sollen die ganze Gemeinde vertreten, dass alle, die sich in unseren Städten fremde Frauen genommen haben, zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten einer jeden Stadt und ihre Richter bis der Zorn unseres Gottes um dieser Sache willen von uns gewendet werde. Nur Jonathan, der Sohn Asahels und Yahseja, der Sohn Tikwas, widersetzten sich, und Meschulam und Schabtei, der Levit, halfen ihnen. Doch die aus der Gefangenschaft gekommen waren, taten, wie sie versprochen hatten. Und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Häupter ihrer Sippen, alle namentlich genannt, und sie traten zusammen am ersten Tage des zehnten Monats, um diese Sache zu untersuchen. Und sie brachten es zum Abschluss bei allen Männern, die fremde Frauen hatten, bis zum ersten Tage des ersten Monats. Und es wurden gefunden unter den Priestern, die sich fremde Frauen genommen hatten, bei den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jotzadachs und seinen Brüdern Maaseah, Eliezer, Yarib und Gedalya. Und sie gaben die Hand darauf, dass sie ihre Frauen ausstoßen und einen wieder für ihre Schuld als Schuldopfer geben wollten. Bei den Söhnen Immer, Hanani und Sebatia. Bei den Söhnen Harim, Maaseah, Elieah, Shemaya, Jehiel und Usia. Bei den Söhnen Paschur, Elioenai, Maaseah, Ismail, Natanael, Josabat und Elasa. Unter den Leviten, Josabat, Simei und Kelaya, das ist Kelita, Petachia, Judah und Eliezer. Unter den Sängern, Elieashib. Unter den Torhütern, Shalom, Telem und Uri. Unter den übrigen Israeliten, bei den Söhnen Parosh, Ramya, Jizia, Malkia, Miyamin, Elieasa, Haschabja und Benaya. Bei den Söhnen Elam, Matanya, Saharia, Jehiel, Abdi, Jeremoth und Elia. Bei den Söhnen Satu, Elioenai, Elieashib, Matanya, Jeremoth, Sabbat und Aziza. Bei den Söhnen Bebei, Johanan, Hananya, Sabbai und Adlai. Bei den Söhnen Biggewei, Meshulam, Maluch, Adaya, Yashub, Sheal und Jeremoth. Bei den Söhnen Pahat, Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maazia, Matanya, Bezalel, Binui und Manasse. Bei den Söhnen Harim, Eliezer, Jeshia, Malkia, Shemaya, Simeon, Benjamin, Maluch und Shemaria. Bei den Söhnen Haschum, Matenai, Matata, Sabbat, Elifelet, Jeremai, Manasse und Simi. Bei den Söhnen Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaya, Betya, Keluhi, Vanya, Meremoth, Eliaship, Matanya, Matenai, Jaazai. Bei den Söhnen Binui, Simei, Shelemia, Nathan, Adaya, Machnatbai, Shasai, Sharai, Asaril, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria und Josef. Bei den Söhnen Nebo, Jeiel, Matitya, Sabbat, Sebina, Yadai, Joel und Benaya. Diese alle hatten sich fremde Frauen genommen und nun entließen sie Frauen und Kinder. Die Diana nicht drauf ist,